Die DSDS-Jury ist vollständig. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Pop-Titan im kommenden Jahr für die letzte Staffel der Castingshow zurückkehrt. Neben ihm wurden auch schon der einstige Sieger Pietro Lombardi, 30, und die Sängerin Leonie bestätigt. Darüber hinaus gab es Gerüchte, dass auch Katja Krasawis, 26, am Jurypult Platz nehmen soll und tatsächlich auch die Rapperin ist mit dabei. Wie RTL nun offiziell bekannt gab, wird die YouTuberin im kommenden Jahr ebenfalls über die Gesangsleistung der Kandidaten urteilen. Die Dreharbeiten für die Castings sollen bereits in Kürze starten. Katja ist auch schon ziemlich aufgeregt. DSDS und ich, ich freue mich riesig. Auf meine Mitjuroren, auf die singenden, rappenden. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.